Gute Morgen! Zumindest für mich ist es Guten Morgen! Also, hallo und herzlich willkommen zu, keine Ahnung wievielten Folge im Kanal-Update. Ich glaube, das ist jetzt die 20. Folge, man kann den mal sehen. So, und zwar habe ich ja, vorweg erstmal, ich fahre da jetzt über die Herbstferien, ich bin ja zur Schule, hab halt Ferien für 2-2 Wochen, aber ich werde für 3 Wochen vorproduzieren, damit ich erstmal für 3 Wochen Ruhe habe, so dass ich in der 3. Woche dann für die nächste Woche vorproduzieren kann, für die nächsten 2 oder so, mal gucken. So, das ist so der Plan zumindest, ob ich das so durchsetzen kann, ist die zweite Frage, weil ich muss nämlich ziemlich viel lernen. Das ist schon mal der eine Grund, warum ich das mache, ich haufe viele Hausaufgaben auf und ich mache dann auch was mit Freunden. Also, fluff und bla bla bla, halt. Halt alles das Zeug. So, also, was gibt es halt zu sagen? Ähm, ich werde jetzt alles vorproduzieren, was es eigentlich so gibt von Projekten, was auf dem Kanal da ist. Da spiele ich, ich werde Finn und Jake wieder anfangen, ich werde Call of Duty wieder anfangen, jetzt durchzuspielen, dann langsam. Ich bin jetzt mit dem Montag schon komplett durch. Das heißt, alle 3 Folgen für Montag sind schon da. Wir sind hochgeladen und morgen geht es also so wie sie los, mit die Sims zu uns aufparken und dann geht es halt weiter mit Terraria und Ba, was es da alles so gibt. Ähm, ja. Wird interessant. Ich bin ja gespannt, wie das ankommen wird. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich werde mal alles sehen. Ja, also. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, ähm, also hochgeladen worden ist. Diese Woche wurde ja nicht viel hochgeladen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ähm, auf jeden Fall die Sims Terraria und das war's. Mehr habe ich nicht hochgeladen. Weil ich dann einfach zu nichts mehr kam und einfach keine Lust mehr hatte irgendwie. Ja, also. Ja. Geht auf jeden Fall voll klar. So. Also. Ich kann euch nur empfehlen mal reinzuschauen bei den Sims. Die Sims ist sehr interessant geworden. Saufpark ist auch sehr interessant geworden. Da bin ich sehr weit gekommen. Ähm, ja. Sonst gibt es eigentlich derzeit nichts zu sagen für ein Terraria und so. Kann ich euch nichts sagen. Habe ich noch nicht aufgenommen zu diesem Zeitpunkt hier. Wenn ihr das wieder seht, habe ich es vielleicht schon aufgenommen. Und es ist auch schon vielleicht hochgeladen. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es nicht. Alle wissen es nicht. Na gut. Auf jeden Fall sollte es erstmal gewesen sein. Das heißt, die Kanal Updates werden aber trotzdem kommen. Das heißt, ähm, Kanal Update 21, 22 und 23 werden hochgeladen. Und. Ja. Das ist eigentlich alles, was wir haben müssen und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Kanal Update. Wenn ihr mal ein bisschen so Informationen habt. Was gerade so eigentlich passiert ist. Bei mir auch. Und. Ja. Mal dann. Wir sehen uns dann. Nächsten Sonntag. Tschau. Tschu. Tschau. Tschu. berish. Vielen Dank.